Der Ballermann-Star hat bei einem Konzert in Leipzig den Hitlergruß gezeigt. Die Künstlerin flüchtet sich in Ausreden. Dass die 34-Jährige noch einmal an der Playa auftritt, scheint äußerst fraglich. Melanie Müller streitet weiterhin jeglichen Kontakt mit rechtsradikalem Gedankengut ab, obwohl alle Indizien daraufhin deuten, dass die Mallorca-Sängerin in einem Neonazi-Club aufgetreten ist und dort den Hitlergruß gezeigt hat. Ich habe mit rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut. Ich verurteile das aufs Schärfste, schrieb die 34-Jährige am Mittwochabend, 28.09., in den sozialen Netzwerken. Sie sei durch das mediale Feuer und die unberechtigten Vorwürfe körperlich angeschel. Eine Untertitelung des ZDF, 2020